Wir wollen jetzt Ice Age spielen. Dazu steht ihr alle auf euren Markierungen und wir haben unser Mammut. Wenn unser Mammut euch anguckt, müsst ihr stehen bleiben und einfrieren. Wenn sich das Mammut in die andere Richtung dreht, also wenn ihr den Rücken seht, dreht ich mal um, jetzt könntet ihr loslaufen. Ihr wollt am Ende an unseren gelben Buzzern ankommen. Die liegen hier rum, ihr spielt das Spiel bis zum Ende und ihr gewinnt, wenn ihr einen Fuß hier rauftretet und äh sagt. Deswegen ist es unser Buzzer. Das Geräusch muss kommen. Nicht einfach hier hinrennen, jubeln. Das Geräusch muss kommen. Das müssen wir hören. Ich sage, wer sich noch bewegt hat und wer wieder zurück muss. Okay? Drei, zwei, eins. Auf geht's. Zurück. Zurück. Wieder umdrehen. Schon wieder. Boom. Ja, jetzt war es sehr gut. Okay, da kam der erste Buzzer. Sehr gut. Du bist das neue Mammut und du gehst einmal mit zurück. Drei, zwei, eins. Auf geht's. Piet, du musst da schon drauf achten, okay? Wieder umdrehen. Zack, ihr beide. Nee. Ich? Ja. Und wieder umdrehen. Ja, wieder ihr beiden da hinten. Und was macht das Mammut? Eine halbe Stunde warten? Nicht ganz. Schneller umdrehen, okay? Wieder Augen zu. Okay. 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 Augen zu. Und weiter geht's. Jetzt ist es einfach. Sehr genau. Sehr gut. Einmal tauschen. Beide zu mir. Auch. Of course. Aber. Okay. So. Jetzt ist es super. Verordnungsstilien. rides habe ich mit. Oder? Und da, wie ist es? Und das ist ja gut. Ich persönlich. Ich persönlich. Und da. Vielen Dank.